sind jetzt schon gemacht ja, meine Herausforderung müssen wir rüberlaufen Anweisung nein, ich erzähle mich nicht Boah, Mann ich wolle's doch jetzt töten ich so, ich wolle's doch okay, Guys, I wanna have all of you at Watterson Redemption kürzlich schwuler moment das sind schon wieder die magi leute mann ich mag die marke leute kannst du ja auch töten oder auch nicht dann wusste ich auch aber ich habe gerade fünf stück von den gewählt hier in einer handel der jahr gehältet das ein richtiger talent also bist du so ein tag ja ich lege alles haben als team in die quere kommen also da kommt er von oben aber er kommt aber wir sollten töten dann glaube ich wurde von hier wer abgeschossen wie von dem war du ja wir haben jetzt getötet ja der nächste war du aber rennst du auch so dumm darum das geht doch gar nicht es ist die glaube ich weiß ja wer von uns gar nicht geht du hast du kriegst mir hier du gehst einfach gar nicht okay ja auch noch zwei der stadt auskirken schon die mache ich jetzt noch irgendwo es ist wie schön es ist wenn du einfach ruhig bist so was war denn das jetzt für ein fehl I don't know man da hab ich das geleckt alter ich balle aus fünf Stunden später tot alter der schießt mit seiner Waffe gar nicht der läuft einfach vor mir durch die Gegend und nicht verreckt der schießt gar nicht das ist auch nice was sind das für grüne Bobbel wo es jetzt gibt über den Punkten äh das ist das neue Missionssystem was jetzt endlich voll verendet ist und was Anfang des Jahres auf die Server kam es wurde jetzt endlich so eingeführt dass es funktioniert zeigt dem team aber an welchen punkten man zusammen pushen sollte weil der kürzeste weg ist in so nem Zeug huhu ja es hat nur knappe fünf Monate gedauert ja davor hat es einem immer nur die Base gesagt jetzt sagt es einem welcher Punkt in der Nähe Zertgegenstand was ich hab ein Zertgegenstand bekommen oh ich hab die Zyklon auf Araxium super ich hab die Zyklon auf Araxium 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 ich bin schon lange auf Araxium ja du bist doch schon länger mit der Zyklon wie ich ich hab ungefähr auf Level 50 damit angefangen ja und jetzt bist du 20 ist es jetzt ne jetzt eigentlich Level weiter ja ich bin hinter dir ich geb dir Feuerschutz hab dir nichts an ach war du Rape boah ich brauch Kills ah ne die hole ich mir grad alle ich hab 10 positiv Digga 12 negativ ja das that's not my problem da unten sind sie erholt holt sie dir doch naa hinter dem Stein erholt mich ich hab wieder einen geholt ich nicht solide 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 Leistung jetzt fehlen mir wieder 25 Sertpunkte äh mit den Puppel und Bobbels 13 13 jetzt müssen wir echt nochmal Gas geben die letzte 20 Minuten nachdem das sind sie Gegner warum töten meine Handgranaten eigentlich nie? weißt du nicht weißt du nicht du weißt du bist ich hab grad schon wieder eine 3 oder 4er Street hier umlaufen Digga ich hab 2 C4 auf den scheiß Sandy geschmissen und dann wurde ich getötet ja dann hast du scheinbar nicht gut genug geworfen ich bin drauf geflogen und sie ist ja Sandy down das habe ich ja kein C4 keine Punkte mehr weil ich C4 ausgegeben habe ja dann bei Rob ich hab ja volle Punkte C4 kostet jetzt richtig viel C4 kostet richtig viel C4 kostet richtig viel Geld ach ach ja ist das gut so weil man mit C4 ziemlich krass abgehen kann eben wenn man es überlebt ja wo ist der scheiße Wartewacht der ist tot Finden sie noch Maggie leg erst einmal bei Markus Leichen Munitionspaket in den Kopf rein das zum Abschied zack ja wie viele Kiste brauchst 1.000 glaube ich in dem Fall habe ich jetzt auf der Waxio kann man nachschauen wie viel Waffen man hat wie viel Kiste man schon gemacht wird ja meine Herausforderungen was soll man rüber laufen Anweisungen oder was ist das ich bin jetzt gegen laufen wie ja auch bei Anweisungen sich das auch ich hab keinen Punkt ich kann nichts kaufen ja ich kann ja ja gut die 200 Meter schaffe ich da noch zu Fuß ja gut dann macht er zu Fuß holen Lightning ja gut hätte ich eh nicht mitfahren können ja ansonsten hätte ich jetzt ein Harris oder ein Dings geholt aber wenn du läufst dann würde ich dann würde ich zwischendrin noch ein Maggie ja ach was das wusste ich darum hab ich mir gedacht ich nimm was nein du hörst jetzt auf mich zu töten ach nö schon wieder tot ich könnte es kotzen ja ok mach mal bitte und ich habe jetzt übrigens schon wieder 30 Ultralader übrig als dieser komische Bug da war hatte ich ja gar nichts mehr und jetzt bin ich schon wieder 30 Ultralader in meinem Inventar obwohl ich die ganze Zeit eigentlich Rang 2 und 3 Dinger drin habe ich bin da ich bin da holen Harry nein ich wollte jetzt ja meinen neuen Lightning mal ziehen nein nein ich will nicht laufen ja aber der ist neu ok mach ihn Harry der ist aber schon geil ne musst du schon was sagen ja das habe ich eben schon gesagt in der letzte Folge ja aber ich finde den geil gas hop hop ja das bringt dir nichts mal gesehen nicht da ja aber trotzdem wenn irgendjemand an einem Ding vorbeiläuft kriegt er auch immer oder ich war irgendwo daneben und dann kriegt er immer also nur Infanteristen halt was machst du rechts so hier gucken mal hier verstecken sich meistens die mit Maggies auf der Straße hier also nein ist leer doch Alter 15 minus das ist Brudal ja du bist nett so Brudal heute naja aber wenn ich Brudal nicht gut so wie sieht es denn jetzt hier in der Base aus haben die hier irgendwo einen Sundy da höre ich ja auch einen Maggie der ist da oben glaube ich oh nur angehittet jetzt ist er da wo sind sie da ist denn er angehittet yes Nein Wollte ihn überfahren naja ich hab's gemerkt du wolltest da war meine Wand die war schon immer da nee die Festungsmauer war da davor noch nicht die haben die gestern nicht gestern war die noch nicht so gestanden gestern stand die hier noch nicht auf der anderen Seite ist äh die Mauer stand ja gestern noch nicht die haben sie über Nacht einfach mal dahingestellt einfach so die laufen nachts rum und schnell irgendwo Mauern hin eigentlich nur unverständlich ja eigentlich wir haben nicht vorher eine Mauer zu bauen nein die bauen auch keinen die laufen freiwillig hier durch die Gegend wir bauen keine Mauern wir programmieren sie zack Mauer super da machen wir jetzt wieder ein Dreier Harry oder was ich bin grad mitten in der Base und versuch die Warnus hier zu bekämpfen was Harry nein mann Harry ja nein ja gut dann zieh ja einen Kill gemacht und einmal gleich hier gestorben es ist doch behindert war das Maggie vor der Tür warte ich komm mit ich komm mit ich komm hinter dran mit dem äh habe ich genug ja ich hab ich ich hole mir ein Lightning was holst du dir? ein Lightning ja ok mit Pseudopanzerbrecher weißt du nichts können aber warte doch bis wir raus können bis Wackers da ist nein los los ja ok ich glaub jetzt ist kalte Maggie explodiert wenn ich jetzt ne Mine finde dann kotze ich sowas wann ist wir einmal spielen bitte was macht die scheiß Gelder ist weiter ja jagen wir jetzt den komischen Lightning ich schwöre aber auf dass Wutern wieder fliegt mach dir alter nein ja da vorne ist Harry und das meckte also come on get a shot was ist das? die Infanteristen wo sind die noch hinter euch? ja irgendwo dahin ja was macht sonst der Sundy alter? nur die Leute hier da ist das Gelder gewesen nein da oben stand einer auf dem Berg aber die hat es verfindet da da steht er ich hab er ist down ein Sonde ist down der fordert Mitfahrgelegenheit da so im die ist der ich Bis zum nächsten Mal.